Den Alarm, den ihr im Hintergrund hört, der löst sich mindestens ein- bis zweimal in der Stunde und das seit über 40 Tagen, das hört man bis in den Studios rein. Das war schon eine Sequenz, die zu ertragen ist. Da muss ich sagen, stehen hier relativ unter Druck, weil sie wirklich alle brav irgendwie stay at your studio. Das ist our homes. Was ich jetzt vorhabe, Polizei, dann habe ich hier gesehen, habe ich eine wunderbare Liste an Medienkulturschaffenden, hat einen Freund von mich recherchiert, weil ich nicht in der Lage war, das alles innerhalb von ein paar Tagen auf die Reihe zu kriegen. Das ist zu kurz, vier Tage. Fuck. Fuck. Fuck.